Richtig cool finde in meinem Job, dass ich rausgehe, Markttrends beobachte, schaue, wie entwickelt sie die Schule weiter, wie entwickelt sie das Thema Bildung weiter und dann gemeinsam mit meinen Kollegen und Kolleginnen neue Produkte entwickle dafür oder Produkte weiterentwickele in diese Richtung. Die Herausforderung in meinem Job ist offen und flexibel zu bleiben, sie auf neue Situationen schnell einzustellen und neue Trends wirklich ins Unternehmen zu bringen und dann die Kollegen und Kolleginnen mitzunehmen, um eine neue Idee auch zu entwickeln. Ich bin Produktmanagerin beim Veritas Verlag und wir schaffen mit unseren Schulmedien jeden Tag Lernerfolge. In meinem Job geht es darum, die Produkte in den Mittelpunkt zu stellen und zu schauen, was brauchen unsere Kunden und Kundinnen von uns, von unseren Produkten, was wünschen sie sich, womit sind sie zufrieden, womit nicht, wo müssen wir verbessern, welche neuen Trends verarbeiten wir in unsere Produkte, bringen wir ein und mit welchen neuen Trends gehen wir mit. Und deswegen schaut mein Arbeitsalltag so aus, dass es einfach viele Meetings gibt, wo Abstimmungen stattfinden mit Kollegen und Kolleginnen, wo wir uns austauschen zu den Themen und ganz viel Recherche, was macht unser Mitbewerb, Marktforschungsinhalte sind ganz entscheidend, was wünscht sie unser Kunde, unsere Kundin von uns und es ist immer wieder spannend. Grundsätzlich braucht man für meinen Job eine wirtschaftliche Ausbildung, am besten mit Schwerpunkt Marketing, Produktmanagement oder direkt Innovationsmanagement und dann wäre es natürlich auch gut, wenn man ein Wissen aus dem Bildungsbereich hat, also wenn man schon in einer Schule unterrichtet hat oder an einer Fachhochschule unterrichtet hat, dann ist es praktisch, weil man ein bisschen die Methoden und die Didaktik einfach erkennt. Und dann ist es auch noch ganz wichtig, dass man gerne mit Menschen arbeitet, weil man muss Veränderungen mit Menschen gemeinsam gestalten, man muss wirklich gerne in den Austausch gehen und auch Menschen mitnehmen zu Neuem, was manchmal herausfordernd ist und man ist Generalistin, also man ist jetzt nicht der Spezialist, der sich irgendwo in ein ganz spezifisches Thema hineingrebt und dort Experten wird. Man hat eher so den Überblick über ganz verschiedene Bereiche und bringt verschiedene Bereiche zusammen.